Hallo Leute! Willkommen zu André vs. Cengiz. Bevor wir euch sagen, was wir heute machen, kommen wir erstmal zu der Bestrafung, die Cengiz euch erklärt. Der Verlierer hier heute muss sich auf eine Straße stellen und der Gewinner darf sich aus dem Auto raushängen und hat ein Kondom vollgefüllt mit Cola, zwei Liter oder so rein und dann mit 80, 90 km in Space. Müssen wir umziehen jetzt, ne? Und so Freunde, ich als Luigi, Cengiz als Mario, was könnten wir heute machen? Wahrscheinlich Kart-Fragen. Wir sind hier an der Kart-Bahn irgendwo im Nirgendwo. Bei... Karte drum 11. Wir sind deine Kart-Kenntnisse, Cengiz. Ich werde dich auf jeden Fall vernichten. Also ich habe das noch nicht oft gemacht, ich glaube einmal, aber ich werde Cengiz fisten. Ne, denke ich nicht. Nicht? Schauen wir mal, ob Cengiz in echt auch so gut ist. Okay. Ja-hooo! Ja-hooo! Und hey! Ja! Ja-hooo! Mö wie! Ja-hooo! Ja-hooo! Haha! Was ist dein Aye-hooo! Mama Mia! Geh, geh, geh! Wow, 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 wow! Ich hab die Sau da gelaufen in allen Kurven. Ha, 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 ha! So, Freunde, ich hab voll verkackt. Cengiz hat mich in einer Kurve richtig down genommen. Jetzt wird's gleich Zeit für die Bestrafung. André versus Cengiz, da verliere ich irgendwie immer. Wie kriegt man das denn? Wie dehnt sich das? Ich glaube, wir müssen das hier rüberstülpen. Glaub ich auch. Warte. Bringt nix. Ich hoffe, das wird immer dicker. Echt? So eine richtige Keule ist, weißt du? Ah, ja, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ah, jetzt kommt's. Oh, oh, das ist so ein kleiner Lipptisch, ne? Das ist so eine Elixierflasche, Mann. Das ist so eine schwarze. So ein Trank, so ein Trank von dir weh. Ach, gleich gibt's was in die Fresse, Leute. Was macht ihr denn? Was denn? Reicht ein Liter nicht pro Ding? Du kriegst das in die Fresse. Ich mein, mir ist egal. Mann, du musst das schon drüber tun. Ich hab nie ein Kondom in den Gaff. Boah, ja, wir machen das jetzt. Was geht hier? Cengiz ist gekommen. So, Freunde, wir fangen jetzt an hier. Wir fahren gleich los. Jan fährt. Das wird ne Gefallplatz. Mach schon. Mach schon! Der, der, der! Warte, dich rein! Oh, mach, mach, mach! Oh, mach, mach, mach! Oh, mach, mach, mach! Oh, mach, mach! Oh, mach, mach, mach! Oh! Oh, mach, mach! geklatscht. So das war's mit der heutigen Episode André vs. Cengiz. Mir ist arschkalt, also gehen wir jetzt langsam mal nach Hause. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über den Daumen. Ja ja, verbreitet das, dann gibt es in Zukunft mehr André vs. Cengiz und ich hau jetzt hier ganz schnell ab. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat,